Na dann los? Ja, ich will nochmal gucken, wo wir jetzt eigentlich hinfahren. Ja, runter. Ja, los! Ah! Ah, da war eine Schrotflinte. Äh, noch 100 Meter zur Hütte. Ich bin eher abgeflogen, ich hab's überstanden. Ich bin so weit denn geflogen. Ich komme. Oh, Fels. Weedie. Aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach. Oh, zu kurz. Sitz, wo es schießt? Enttäuschend. Kann ja nicht aufs Klo gehen. Noch enttäuschend, ne? Enttäuschend. Ja, ich glaub ich krach mich immer auch langsam.